Ich war ja noch ziemlich klein, als wir hierhergezogen sind und ich kann sagen, dass damals eine neue Zeit auf uns zukam. Wir hatten so viel Platz, wie wir uns wünschen konnten und wir konnten so viel Krach machen, wie wir nur wollten. Hey, ja, was? Wie wäre es, wenn ich dir ein paar Worte über dich sagen würde? Was scheint ein verkorkstes Geschäft, du immer, Bart? Sag's mir, Michael, du hast es doch gewusst! Ich weiß genau, dass es traurig sein muss, wenn ich so... Meine Schwester Linda ist tot. Die meiste Zeit seines Lebens hat man gelegt. Zum Umsacheln ist es da zu spät.